Hallo Leute, ich grüße euch am Samstag, dem 16. März 2024 und schaut euch mal hier die fleißige Truppe an. Und was habe ich eben gehört? Du machst Blödsinn. Nein. Wie nein? Ach, redest du nicht schön, Oma. Er macht Blödsinn. Hört ihr auf, den Jungen fertig zu machen. Also. Und dann habe ich auch noch wieder andere Dinge erfahren, was du schon wieder getan hast. Ich weiß, was du eben schon wieder getan hast. Was habe ich denn getan? Geheimnisverrat. Ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, welches Geheimnis. Ja, aber habe ich dir schon gesagt, dass das Fahrrad pink mit rosa Griffen, rote Kutzmünder auf dem Rahmen und lila Pedalen ist? Habe ich dir das schon gesagt? Nee, du hast gesagt Kugelbälle. Nee, gar nichts habe ich gesagt. Grimmsmärchen. Grimmsmärchen, ja. So, ja, ich zeige mal, wo dieses Holz hingeht. Ja, da habe ich schon schön geschichtet. Ich bin hier der Mann, der schichtet. Hier sind die Aufgaben gut verteilt. Ja, Rubi, was ist los, Rubi? Opa, ich baue hier mein Bett. Was ist dein Bett? Ja, ich baue hier ein Bett. Ja, viel Spaß beim Übernachten. Ja, ja. Ich bin hier nicht. Nee, schon klar. Matratze noch hin oder eine Säcke. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger. Ach, doch, doch, hier los, da los. Da kann man die ganze Ecke wegnehmen. Ja, aber wenn es so geht, geht es so. Aber lang gehen die Paletten immer, ne? Ja, ein, zwei Jahre. Man muss mal neu besorgen, oder? Oder auch nicht. Die müssen ja auch nicht mehr alle so zustellen. Letztens habe ich aber welche zu verschenken gesehen. Ja, Einwegpaletten. Ja, da kannst du ruhig mal Bescheid sagen. Nicht mehr so, also, kannst du halt nicht für Möbelbau nehmen. Nein. Ist ja völlig egal, für Holz hätte ich auch sein. Nein, als Unterlage. Ein bisschen, irgendwie haben wir auch da hinten noch was. So, ich begebe mich wieder auf meinen Platz. Ey, ich mache jetzt hier einen Film von der aufsässigen Arbeitsmannschaft. Hör mal, wie war noch mal dein Motto? Wie war dein Motto? Ich, ich, ich. Ja, ich und weiter. Ich, ich, ich. Ja, ha, he, he, he. He, hell, hell. Wie geht es denn weiter? Ja, man, guck mal hier, warum lässt du eigentlich hier die Oma alleine arbeiten, ja? Das ist mich nicht. Nein, das geht gar nicht. Was macht sie hier? Hunde knubbeln, ey. Ja, das war auf die Körbe. Ach ja, schönen Dank, ey. Bitte. Ihr sollt euch nicht küssen. Ihr sollt euch nicht küssen. Sie küssen uns nicht. Das ist jetzt alles hier auf Video. Mit der Wurst. Rubi, da guckst du, ne? Sag mal, seid ihr hier ein Arbeiter? Der staut sich hier auf Leid. Der staut sich, ey. Was machst ihr denn da, die Rubi und du? Ihr sollt doch hier dieser Frau helfen. Ich bin doch nicht so alt. Ich war doch kein Junge, aber gesagt. Was? Ja, ja. Wie war nochmal dein Motto? Wie war dein Motto? Ich, ich sag es. Los, ich will es hören. Ich will es hören. Wie war das? Ich, 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 ich. Ich faulenze gern, ne? Ja. Ja, genau. Ich faulenze gern. Und ich hab noch ein zweites Motto. Ja, das heißt, wie? Ich zocke gern. Oh. Und ich hab auch noch ein drittes Motto. Ja, und wie wär das? Ich guck gern Fernsehen. Was ist hier los, hä? Was ist hier los? Ist ja nicht mal viel. Wann ist für heute Schluss? Ja, das Stückchen schrauben wir noch. Ja, ja, natürlich. Den macht er noch leer. Soll ich das aufmachen? Sollen wir das aufmachen? Weil er ja überhaupt nicht hilft. Er hilft ja überhaupt nicht. Ja, du kriegst auch nichts zu essen heute, du. Das sag ich dir. Du. Doch, ich krieg was. Du kannst mal gucken, ob die Hunde dir was übrig lassen. Mann. So, alles weggearbeitet. Und hier schön aufgeschichtet.